Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Alles beginnt mit einem Lächeln. Ja, bevor wir reinsliden in das extrem wichtige Thema Hände weg, das zerstört deine Zähne. Das ist aus aktuellem Anlass, heute aus meiner Praxis. Was mir immer wieder begegnet ist bei einer Neupatientin, vorab einmal die Frage an dich, wie geht's dir eigentlich? Ich hatte mir gerade mal drei Tage Auszeit gegönnt, endlich mal in der Sonne, raus aus dem Praxisalltag, rein in die Sonne. Ja, ich weiß, das ist nicht unbedingt vorteilhaft für meinen CO2-Abdruck, aber es hat einfach mal verdammt gut getan. In diesem wechselhaften Wetter hier in Deutschland, Anfang April einfach mal drei Tage konstant Wärme genießen zu können. Ja, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber dieses Hin und Her des Wetters, boah, ich fühle mich mittlerweile schon echt alt, weil es ist echt anstrengend, weiß nicht, wie es dir geht. Heute so viel Grad, morgen wieder 10 Grad kälter, nächsten Tag wieder 15 Grad mehr. Anyway, das war nun mal an diesem Rande. Und deswegen gibt es heute eine kurze Podcast-Folge, weil ich jetzt gerade erst wieder zurückgekommen bin, aber echt aus extrem wichtigem Anlass, weil ich dachte eigentlich schon, es wissen alle Menschen, aber sie wissen es noch lange nicht. Und deswegen werde ich auch nicht müde, über ein paar Sachen einfach aufzuklären. Und das ist im Prinzip, wie gesagt, die Story von einer Patientin, die heute Vormittag bei mir in der Praxis war, das allererste Mal. Und da möchte ich dir so drei Learnings draus mitgeben für dein Leben und mach gewisse Sachen einfach bitte nicht. Das allererste, die Patientin ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte, Ende 30 und hat ganz normal schon ein paar Sachen erlebt und beim Zahnarzt und ist jetzt auch nicht unbedingt eine Angstpatientin, aber sie wollte halt, und das ist das allererste, was ich mit ihr teilen möchte, eine Zweitmeinung. Ich sage ja immer ganz gerne, bei mir gibt es keine Zweitmeinung, bei mir gibt es nur meine Meinung. Und es ist immer, finde ich, ganz wichtig zu verstehen, dass natürlich, wenn du jetzt mit schon einer gewissen Vorstellung zum Zahnarzt kommst und den kriegst du schon als Zahnarzt schon drei, vier andere Meinungen von Zahnärzen präsentiert, lenkt dich das schon dann irgendwie in eine gewisse Richtung. Und ich finde es einfach wesentlich besser, wenn man ungefärbt und neutral als erster Eindruck einfach sein Behandlungskonzept, seine Meinung einfach kundtun kann. Das ist mal nur am Rande. Es ging mir, Patientin, aber, und das ist jetzt das Entscheidende für dich, darum, dass ich eine Meinung abgeben sollte zu einer Implantatkrone, die sie jetzt erst Ende Februar eingesetzt bekommen hat. Und da ist schon der, ja, es geht in den Brunnen gefallen, und zwar haben wir ja jetzt Anfang April. Und was ich da einfach nochmal ganz wichtig mit dir teilen möchte, ist, dass ich dazu keine Meinung abgeben darf. Nicht, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich es nicht darf. Das musst du einfach verstehen, das ist gerade um Zahnersatz, Kronen, Brücken, wertvolle Sachen, die gerade vor ein paar Wochen, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, beziehungsweise unter zwei Jahre alt sind, kannst du nicht von einem anderen Zahnarzt beurteilen lassen. Das geht einfach nicht, ja, weil jeder Zahnarzt, das ist genauso wie im Baugewerbe, wie ein Architekt, wie ein Handwerker, hat eine gewisse Gewährleistungspflicht und Frist. Und wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist, dann musst du wieder zu deinem Behandler zurückgehen. Und was ich dir da an dieser Stelle mitgeben darf, also wie gesagt, ein Sonderfall ist quasi starke Schmerzen, dann ist es natürlich so, dass man die Schmerzbehandlung an sich machen muss, aber da entstehen natürlich wahrscheinlich wieder Folgekosten und das muss man halt Patienten auch sagen, aber die reine wirklich tierische Schmerzbehandlung ist etwas anderes. Aber in diesem Fall ging es einfach um ästhetische Fragen, die Krone gefiel nicht und all sowas. Und da habe ich ganz klipp und klar gesagt, werde ich mich nicht zu äußern. Und wenn du jetzt aber als Patient sagst, ja, aber ich will zu meinem alten Zahnarzt nicht zurück und der ist ja doof oder keine Ahnung oder man kann sich nicht einigen, dann kannst du halt keinen anderen Zahnarzt so ohne weiteres kontaktieren. Dann an dieser Stelle der wichtige Hinweis, dann musst du das mit deiner Krankenkasse klären. Ja, weil die wird dann die nötigen neuen Möglichkeiten dir aufzeigen, was du dann machen kannst. Das war so der erste Einstieg. Sie hat dann natürlich gesagt, okay, ich möchte aber nochmal das hier rechts und links gucken und das habe ich natürlich getan. So, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist, was viele einfach wirklich unterschätzen ist, lass die Hände vom Rauchen. Ja, ich weiß, ich will überhaupt nicht jetzt wie ein Prediger für das Nichtrauchen hier aufkommen, aber du musst einfach und darfst verstehen, dass gewisse Sachen beim Rauchen einfach halt auch langfristige Folgen für deine Mundhöhle haben. Das heißt, wir gehen natürlich jetzt nicht gleich vom Schlimmsten aus und ich finde tatsächlich, dass auch gerade auf YouTube, wo ich ja stark vertreten bin, zum Thema Mundboden, Karzinome, Schleimhaut, Veränderungen bis jetzt noch wirklich wenig ist. Ich habe da auch noch kein Video zu, ist richtig, aber es ist in der Praxis momentan auch nicht so glücklicherweise, dass du da jetzt viele Bilder irgendwie sammeln kannst. Ich kenne das aus meiner Klinikzeit noch an der Medizinischen Hochschule Hannover, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe. Da sind ja schon so ein paar bösartige Kopf-Hals-Tumore über den Weg gelaufen und für diese Zeit bin ich auch sehr dankbar, weil wir da dann natürlich relativ viel auch lernen konnten. Aber es gibt halt auch immer den Rundum-Check, den du meistens beim Zahnarzt, glaube ich, gar nicht mitbekommst, wo er deine Mundschleimhaut halt anschaut, deine Zunge anschaut. Gerade beim Raucher, wenn du das angibst, sowieso noch ein bisschen mehr. Aber das Gefühl einfach, dass wir auch Mundschleimhautveränderungen im Mund bekommen können, muss einfach wieder ein bisschen mehr sensibilisiert werden. Und dann gibt es natürlich Kofaktoren, die noch dazukommen müssen, bis sowas entartet. Aber es hat natürlich auch kurzweiligere Folgen, zum Beispiel auf deine Mundschleimhaut beziehungsweise dein Zahnfleisch. Und diese Patientin hatte ja auch Implantate schon bekommen. Und auch da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass Rauchen einfach nicht gut ist. Ja, also dass Rauchen sowieso nicht gut ist, das wissen wir ja eigentlich. Und ich will da jetzt auch, wie gesagt, keine Raucherentwöhnung jetzt hier preisgeben. Aber ich möchte einfach, dass du verstehst, dass auch da Probleme auftauchen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich da so vehement drauf eingehe. Du wirst nicht glauben, wie viele Leute mich dann einfach Fragen angucken, weil ihnen das in dem Moment nicht bewusst ist. Und ich möchte das auch nicht verurteilen. Ich möchte das einfach nur noch mal ansprechen, dass das Rauchen einfach deine Sauerstoffversorgung stranguliert. Und wenn du zum Beispiel einfach schon ein Zahnfleischproblem hast, vielleicht nicht so ein starker Putzer bist, dann sind das alles Sachen, die natürlich dazukommen, dass dein Zahnfleisch irgendwo, irgendwann vielleicht sogar in einer Parodontose einfach endet. Und das sind Sachen, die du selber natürlich in der Hand hast. Aber wie gesagt, diese Zusammenhänge sind Menschen ganz, ganz oft nicht bewusst. Das heißt, Hände weg von Zigaretten, wenn es um eine Parodontose geht, wenn es auch zum Beispiel, das ist ja eine Erkrankung, die schon da ist, die wir heilen müssen, heilen sollten, verlangsamen müssen, damit du deine Zähne nicht alle verlierst. Und das Verständnis dafür muss einfach sein, dass Rauchen, wie gesagt, die Sauerstoffversorgung unterbindet. Ich glaube, es ist nachgewiesen, eine Zigarette stranguliert die Sauerstoffversorgung um acht Stunden. Und du wirst, ein Raucher wird nicht alle acht Stunden nur eine Zigarette rauchen, sondern das geht viel, viel früher immer wieder los. Und dazu sind zwei Punkte extrem wichtig, gerade wenn ich Menschen frage, ob sie Zahnfleischbluten haben, weil vielleicht ihr Zahnfleisch nicht gesund aussieht, wird die Antwort kommen, nö. Okay, warum nicht? Wo Kohle kann leben, ja? Wenn dein Zahnfleisch einfach schon völlig kaputt ist und einfach die Sauerstoffversorgung, die Blutversorgung nicht mehr gegeben ist, dann blutet da auch nichts. Egal, wie schlecht du putzt und egal, wie hochgradig entzündet es ist. Es gibt natürlich auch Fälle, die dann extrem bluten. Aber es gibt eben auch die Fälle, da blutet nichts. Und dann erkennt halt der Mensch an sich in seinem täglichen nicht, nicht, dass er einfach eine starke Zahnfleischentzündung hat, sondern das erkennen wir mit unserem erfahrenen Auge. Und wenn wir dann in die Berührung gehen, dann wird das Zahnfleisch auch bluten. Das Faszinierende ist dann immer wieder, wenn wir sagen, Mensch, vielleicht kriegen wir die Zigaretten reduziert. Ich habe es auch schon geschafft, Menschen wirklich von den Zigaretten wegzukriegen, die dann zu mir gesagt haben, okay, jetzt blutet es wieder. Jo, und das ist auch gut so. Weil weißt du, was wir daran erkennen? Dass dein Körper heilen kann, dass er regenerieren kann, dass er wieder das ganze Gebiet neu mit Blutgefäßen einfach versorgen kann. Und wenn du Implantate hast, dann ist das Risiko einfach, dass du eine Periimplantitis, das ist das Äquivalent zur Parodontitis, eine Entzündung an deinem teuren, wertvollen, mit langer Zeit, mit OPs behafteten Implantat, dass das da ein Problem geben kann, was am Ende vielleicht den Implantatverlust bedeuten kann. Und das ist etwas, was wir nicht möchten. Okay? So, jetzt sind wir weitergegangen bei der Patientin und haben gesagt, okay, ich möchte jetzt aber auch einen Zahncheck haben. Hat sie bekommen. Und als ich angefangen habe, habe ich sie gleich gefragt, ob sie schon mal Whitening-Zahnpasta genommen hat. Und dann hat sie gesagt, nee, die von Elmex. Hä? Okay. Welche von Elmex? Ja, die mit sanft weiß. Okay. Zwei Fragen dazu. Woran habe ich das erkannt? Und ist das jetzt wirklich ein Unterschied zwischen sanft weiß und Whitening-Zahnpasta? Also, erkannt habe ich das ganz klar daran, dass ich gesehen habe, dass gerade ihre Unterkieferfrontzähne, ansatzweise an den Oberkieferfrontzähnen, wir erinnern uns, die Patientin raucht, sie natürlich versucht, sie möchte weiße Zähne haben und sie möchte die Raucherbelege weg haben. Jetzt hat sie angefangen schon, sie hat gleich von sich aus gesagt, ja, die nehme ich schon länger. Okay. Dann siehst du, dass dieser Substanzverlust, den du mit diesem verdammten Schmirgelpapier, der leider, das leider frei verkäuflich ist, dann schmelzt, deine äußerste Zahnstruktur so wegschrubben kannst, dass ich es erkennen kann mit der Lupenbrille. Das heißt, du musst dir einfach vorstellen, die Zahnoberfläche, der Teil, den du vom Zahn siehst, ist leicht konvex, also leicht gewölbt und diese Wölbung ist weg plan geschrubbt. Das heißt, das sind die Erkennungsmerkmale für mich und letztendlich, dass die Zähne, wenn du es weiter dann noch benutzt, einfach zentral in der Mitte, da eigentlich, wo die stärkste Wölbung mal war, wenn sie da plan sind, werden sie gelb und am Ende werden sie wehtun. Also du hast damit dann alles das erreicht, was du nicht haben möchtest. Schmerzen möchte kein Mensch haben und gelbe Zähne will auch kein Mensch haben. Jetzt hat sie mich auch gefragt, wie viele von euch das tun, warum kann ich das kaufen? Jo, das frage ich mich bei Zigaretten, Alkohol und Cola auch. Okay, du hast die freie Wahl, du hast die freie Entscheidung und deswegen versuche ich heute aufzuklären und bitte teilt diese Podcast-Folge mit Menschen, die das noch nicht wissen oder die euch am Herzen liegen. Damit machst du deine Zähne kaputt. Okay, und wir fallen immer wieder auf die Firmen, die die meisten Marketing-Budgets haben, einfach rein. Und Amex und Aronal hatten, früher habe ich als Kind auch jahrelang genommen, aber die blaue und die rote Tube. Jetzt haben sie ja tausend verschiedene Farben und da sind auch ganz viele von dunkel, lila, grün, sensitive, alles gut. Aber wir haben im Kopf, wenn ich an Zahnpasta denke, denke ich an das und das. So, und jetzt weißt du, diese Firma steht für Zahnpasta bei dir, vielleicht schon aus der Kindheit geprägt. Ob das Colgate ist, ob das Elmex und Aronal ist, ob das Odolmed 3 ist, du hast dein Mind darauf konditioniert, dass du sagst, das ist eine gute Zahnpasta. So, und jetzt will jeder weiße Zähne haben und ganz ehrlich, die Firmen sind schlau, die machen das natürlich sanftes Weiß, softes Weiß, aber das Prinzip ist doch dasselbe. Ich weiß, es gibt Zahnärzte, die propagieren das, ja, das kannst du vielleicht ein oder zweimal die Woche nehmen. Nein, ich lehne das ab, mach das nicht, weil die Probleme sehe ich ja in der Praxis. Wenn du weiße Zähne haben möchtest, lass uns drüber reden, lass es uns einmal professionell machen, schmeiß dein Geld bitte nicht zu Billigprodukten raus für eine Zahnpasta, die dann am Ende des Tages die Zähne nicht nur kaputt macht, schmerzhaft macht, sondern auch noch gelb macht, dass man einmal es vernünftig macht, kontrolliert und ich habe ja auch gesagt, zudem ist es dann auch noch so, dass man das Ganze hätte vielleicht vorher ansprechen können, weil die Frontzahn-Implantat-Krone, die sie gerade neu bekommen hat, passt denn von der Farbe nicht mehr. Also, das waren viele Punkte, die ich dir einfach aus einem Patientenfall einfach mal mitgebracht habe, woraus du einfach ein paar Punkte lernen kannst. Bitte keine Zweitmeinung, bevor die Gewährleistung nicht abgebrochen ist, weil diesen Weg kannst du dir sparen, dieser Zahnarzt würde dich wieder zurückschicken, das macht kein Zahnarzt, das ist einfach standespolitisch uns nicht erlaubt, werden wir nicht tun. Drittens, äh, zweitens, reduziere oder hör auf zu rauchen, wenn du eine gesunde Mundhygiene, eine gesunde Zahngesundheit haben möchtest und bitte kauf nicht Produkte, die dir versprechen, schnell, ohne Zahnarzt, in fünf Minuten, fünf Minuten am Tag angewendet, weiße Zähne, da gibt es so viel Bullshit-Produkte, die entweder überhaupt nichts bringen und dir einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen oder am Ende sogar viel mehr Schaden machen und dann du viel, viel mehr Geld bezahlen musst, weil wir einfach reparieren müssen. Das soll es gewesen sein, wieder eine spannende Folge, doch ein bisschen länger als erwartet. Ich hoffe, du konntest deine Learnings daraus ziehen. Wie gesagt, teile bitte diesen Podcast gerne mit Menschen, die davon profitieren können. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, alles beginnt mit einem Lächeln. Ciao, bleibt bitte gesund.